Hallo Leute! Erste Ausgabe von Kirmes Eis. Den Kirmes zu saugen ist jetzt stehende Tür. Kirmes ist große Metall, die riesen Welt. Und den Kirmes ist es bedeutet, die bedeutet Kirmes gefunden von Kirche. Kirche haben gefunden den Kirmes. Und Kirmes ganz ganz bedeutet, beim Kirmes du Fahrgeschäfte, du Essebude oder sonst egal. Also, ich habe rausbekommen, den Kirmes ist von Kirche. Wir feiern den Kirche. Die Kirche hat uns angeboten. Und dann, diese Saison, dieses Jahr Saison, ich mache wieder Palmenkirmes. Ich mache auch ein krankes Aufbau-Video. Letztes Jahr sagen darf, mir gefragt, warum wackelt. Ich euch Antwort geben. Antwort ist, ich habe Handy. Ein Handy da übertragen. Und ich kann nicht so stehen, weil mir ist Finger voll kalt. Das ist Antwort. Und letztes Jahr auch schon. Ich habe letztes Jahr mir Daumen unten. Oder ein bisschen Daumen oben. Also, ich will nicht ihr Geld. Ich will nicht ihr Geld von allen anderen YouTuber. Ich will nur meinen Kanal ansehen. Da gucken, was Kommentar schreibt. Kommentar. Ich gleiche zukommen. Den Kommentar. Ich habe letzte Woche, ich habe letztes, schon ein bisschen länger her, den Video in einer von DSDS. Den, den ich habe so erschrocken, den Kommentar, den Kommentar, das, das ist richtig Mobbing. Das, ich gebe zu, das ist so weit. So weit. Das ist Mobbing. Ihr macht. Und letztes Jahr, meine Schule, wir haben ein Zahlenmobbing. Leider, leider, ich nicht euch zeigen, weil, weil andere Kinder, das ist ein Zahlenmobbing. Wegen, wegen Eltern wollen nicht oder Schüler wollen nicht. Und mir auch länger gefragt, wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Und meistens sind Leute mir gefragt auch, wenn, wenn man den Video nicht rechtzeitig schafft. Ich mache ein bisschen Video, obzumal. Ich mache auch ein Games-Video. Und in einer geschrieben, ich diese Worte nicht verstanden, den Englisch. Ich kann nicht Englisch, ich kann nicht Englisch, Schrift. Paare ich Englisch, danke, 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 thank you, ist okay. Aber Reste, so geht es nicht. So, nächstes Thema, ich, ich Musik-Video machen, ich kann nicht, ich, leider, ich kann nicht Musik-Video machen, weil, weil Musik-Video, den YouTube, ich reinstelle, dann, ein, 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 eine Sekunde, da, Meldung, und sagen, ich, 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 wird strafbar gemacht, mein Papa auch, nicht, ihr wisst, mein Papa. Aber, aber, ist, 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 konziert, den du YouTube reinstellst, Musik-Video, und YouTube mich angeschrieben, und das kostet Geld. Und dann, ich, 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 wird, kein Fall mit Musik-Video. Und nächste Frage. Ich, 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 sollte, mein Eltern ist Schausteller, deshalb ich Kirmes, so inizieren, mein Eltern, mein Papa ist Kirmes Schausteller, nennt sich, mein Papa schon mal arbeitet. Erlefthof. Erlefthof. Erlefthof, den Brunsonnes-Fahrgeschäft. Ich kann Tage, ich, ich, ich zeig bald, wie Erlefthof früh ausgesehen. Heute, 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 heute gibt's nicht mehr, den Besitzer, ist, die Besitzer, macht nicht, wir, machen nicht mehr. Und, ja, klar, ich, ich, ich mache paar Games, nicht nur Games, sondern auch Kirmes ich tun. Aber, ich mache keine Robotage darüber, weil, weil eine App, mein Handy, kriege ich nicht drauf. Dann, ging nix. Und, schreiben bitte Kommentare, nen Daumen bitte oben, und, dann, den Abonnieren und den nicht vergessen Glocke. Glocke anaktivieren und, und, meine Kanal nicht verpassen. Und, tschüss, bis nächste Mal. Dann мой Rauch. Und,